Lady Bitch, der heute unser Film ist, ist ein Film, der wirklich ein außergewöhnlicher Film ist in der deutschen Landschaft. Denn der ist nicht nur ohne Filmförderung entstanden, sondern auch noch ohne Senderbeteiligung. Die beiden haben eine eigene Produktionsfirma gegründet mit ganz klarer Haltung, wird sicher nachher auch ein Thema werden. Die haben auch dann verschiedenste Funktionen innerhalb des Filmes gehabt und übernehmen jetzt sogar den Verleih des Filmes selbst, der dann kommenden Donnerstag in den Kinos startet. Das ist wirklich was Besonderes und das machen zwar viele, aber nicht viele haben so viel Erfolg damit. Sie haben beim Max-Uffels-Preis in Saarbrücken, was das wichtigste Nachwuchsfestival ist, gleich den Preis für den gesellschaftlich relevantesten Film gewonnen. dann Achtung Berlin, das große Berliner Filmfestival, bester Film, beste Regie, beste Schauspiel. Und dann auch noch, also ging die Festivalreise weiter bis hin dann zu in Baden-Baden, wo wir uns dann auch nochmal begegnet sind, wo sie den MFG-Star gewonnen haben. Ich freue mich riesig, dass die beiden hier sind. Großen Applaus. Marina Prados und Paula Knüppling kommen zu uns nach vorne. Willkommen in Frankfurt. Genau, wir halten den Applaus durch, wenn sie vorne sind. Jetzt nochmal bitte für die beiden, ja. Hi. Bis an. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Wie ist es so? Vier Tage vor Kinostart, wenn man das alles selber macht? Was für Aufgaben stehen euch gerade an? Was macht ihr so? Ja, mit Kinos kommunizieren. Also wir müssen dazu sagen, der Kinostart ist ganz, ganz klein. Also voraussichtlich erstmal nur in Berlin und Brandenburg, weil wir mit unserem Burnout, weil wir alles selber gemacht haben, dann gesagt haben, wir schaffen nicht so viel, alles im Eigenverleih, ohne es jemals vorher gemacht zu haben. Deswegen machen wir eigentlich gerade nicht so viel, weil alles steht, alles ist gesetzt. Viel Social Media, viel Instagram und so. War das denn eine bewusste Entscheidung zu sagen, ihr wollt keinen Verleih? Ja, weil mit all den Preisen. Nein, niemand wollte uns. Nicht wahr? Ja. Unfassbar. Ja, so ist das Leben. Ja, nein, ich glaube, es liegt an der ganzen Schwierigkeit gerade sowieso mit den KinogängerInnen sozusagen und die Verleiher haben da, glaube ich, große Sorge. Der berühmte Filmstau nach Corona. Genau. Aber lass uns über was Schönes reden. Der Film hatte ja wirklich direkt bei Max Offels seine Premiere und dort Preis gewonnen, eingeschlagen. Es war Talk of the Town, kann man wirklich sagen damals. Und dann ging das weiter bis, Achtung, Berlin. Erzählt uns mal, ihr habt, habt ihr damit gerechnet, dass das, weil es ist ja schon am Puls der Zeit, klar, aber dass das so eine Bombe wird, sage ich jetzt mal? Ähm, ja, natürlich. Wie war das in der Brücke? Erzählt mal. Nee, gar nicht. Also wir haben den Film gemacht und eigentlich wirklich nicht, also daran gedacht. Also der entstand zuerst als Theaterprojekt und dann haben wir das als Film umfunktioniert wegen Corona und wir haben den nicht mit der Absicht gemacht, den irgendwie als Film eigentlich zu vermarkten oder zu verkaufen oder an Festivals zu bringen. Ja, ich glaube, dass wir haben gesagt, okay, wenn der Film kommt ins Festival, dann wir machen Color Correction und alles. Eigentlich, wir wussten nicht, dass der Film überhaupt zu Max Offels und danach, wir haben so ein bisschen weitergemacht. Ich kann auch mal nur empfehlen, achten Sie mal drauf im Abspann, wann und wo überall die Namen der beiden vorkommen. Also es ist wirklich, wirklich viel, was ihr an diesem Film gemacht habt. Darüber werdet ihr nachher noch mehr reden, aber wollt ihr vielleicht noch was vorweg geben, bevor wir jetzt gleich den Film starten? Ähm, wir hoffen, dass ihr, ähm, ich weiß nicht, genießt einfach, wir haben so viel Spaß gehabt mit diesem Film und viel gelacht und viel geweint, so genießt einfach den Film. Vielen Dank, großen Applaus schon mal Marina und Paula, danke, dass ihr da seid und viel Vergnügen beim Film. Genau, und bis Maxi Platz genommen hat, schon mal für Sie zur Info, die drei werden erstmal ein bisschen unter sich reden und dann nach einer Weile haben sie auch, wie immer, Gelegenheit, Fragen zu stellen. Aber jetzt hat zunächst Maxi Braun das Wort. Auch nochmal einen wunderschönen guten Abend von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid und euch die Zeit nehmt, über euren schönen Film zu sprechen und ich nutze jetzt einfach das Privileg der Moderation, um auch die ersten Fragen zu stellen, die mich besonders interessiert haben. Und zwar ist es ja auffällig, dass ihr einen humoristischen Ansatz wählt, also gerade im Vergleich zu The Case You, der ja auch sexualisierte Gewalt und Machtstrukturen behandelt, ist es ja so, dass sie sehr abstrakt da herangeht und es ist ja nicht unbedingt naheliegend, dass man da komödiantisch rangeht. Wann hattet ihr die Idee und warum habt ihr diesen Weg gewählt? Ich glaube, dass, so Paula und ich, wir sind zusammen, wir sind ein paar und zu Hause, wir machen viel so Pizza und wir haben so immer ein bisschen Pizza über das gemacht, auch aber über unsere einzige Erfahrung und das hat uns ein bisschen geholfen, damit ein bisschen zu lachen und ein bisschen Therapeutik und da hat dann angefangen, ein bisschen, okay, wir, wir können ein bisschen uns heilen durch diese Pizza und dieses nicht so ernst nehmen, aber trotzdem mit dem Drama, die Lady Bitch auch hat und das war für uns wichtig und für uns Comedy ist immer wichtig, weil mehr Drama, mehr Comedy finden wir, oder? Oder Entertainment. Nee, und auch haben wir, ich glaube, wir haben auch gemerkt, dass, wenn man sich manche Situationen von außen anguckt, also manchmal, wenn man in der Situation ist und man Angst hat vor diesen Menschen und diesen Machtpositionen und man sich das aber eigentlich objektiv anguckt, dass eigentlich oft lächerlich ist, dass man überhaupt Angst hatte, weil die wissen auch nicht mehr als man selbst und ja, es war irgendwie ein guter Ansatz für uns, um sich zu distanzieren und irgendwie da so ein bisschen die Schwere rauszunehmen, weil wir gesagt haben, es soll auch ein Film sein für Leute, die so was vielleicht erlebt haben und ja, irgendwie da durchatmen zu können und nicht immer so weinend aus dem Kino zu gehen. Ja, also ich finde, das funktioniert sehr gut, das hat ja auch so eine Art Comic Relief und das wechselt sich ja auch ab mit den eher schweren und ernsten Szenen. Ich glaube, das liegt aber auch ganz stark an dem Ensemble, was ihr da versammelt habt. Könnt ihr ein bisschen was zu dem Casting-Prozess sagen? Wie habt ihr die Schauspieler gefunden? Weil Christoph Gawenda und Asad Schwarz und Benny Klaassen sind ja etablierte Schauspieler und Celine Meral, die Ela spielt, ist ja eine Newcomerin. Wo kam die her? Wie habt ihr die gefunden? Celine Meral ist unsere Freundin und sie war sehr von Anfang an in diesem Projekt und sie wusste, dass wir das machen und wir haben auch viele Erfahrungen geteilt in der Volksbühne. Wir zusammen und Celine, wir waren bei der Junggruppe in der Volksbühne und da haben wir auch viel gesehen und erlebt. Und mit dem anderen, so, ich bin ein total Fan von Benny Klaassen und wir haben ihn geschrieben und gesagt, hey, wie machen das? Willst du mitmachen? Und er fand den Stoff super und dann hat ja gesagt und mit Christoph Gawenda das gleiche. Ich war auch sehr, sehr, sehr erfahren und mit Asad, was du? Ja, ich habe mit Asad davor gedreht. Also wir sind beide Schauspielerinnen ursprünglich und genau deswegen auch so ein bisschen die Verarbeitung der Sachen, die wir irgendwie erlebt und miterlebt haben, aber darüber kannte ich dann Asad. Also es war so ein Mischmasch aus Leuten, die wir schon kennen, Freundinnen, also zum Beispiel Robert auch, der junge, sehr begeisterte junge Schauspieler sozusagen, aber ja und dann eben manche Leute, die wir angefragt haben. Ihr habt das jetzt beide schon angedeutet, dass ihr da in dem Film ja auch eigene Erfahrungen verarbeitet. Wie war das mit den anderen, also mit den anderen Schauspielerinnen? Konnten die da sofort andocken, weil das ist ja vermutlich kein Problem, was nur euch betrifft. Ja, also es sind alles Schauspielerinnen, die auch am Theater arbeiten, wobei ich das glaube ich, also es ist gar nicht notwendig. Ich glaube auch als Filmschauspielerin erlebt man viel, aber es war auf jeden Fall ja sehr prägend, dass auf alle Menschen, also auch die Menschen hinter der Kamera, auf die wir zugegangen sind für den Film, dass alle irgendwie was damit anfangen konnten, selbst Sachen erlebt haben oder miterlebt haben und ich glaube wir das Gefühl hatten, dass es für alle ein sehr persönlicher Film war und auch von den Darstellern viel mit sozusagen in den Film geflossen ist. Also wir haben gecastet, während wir noch das Buch geschrieben haben. Das bedeutet, dass viele von den Darstellern sozusagen auch die Texte früh gelesen haben und mitbestimmen durften, was ein bisschen mit rein soll. Auch wussten, was auf sie zukommt. Und also ihr habt ja jetzt euch anders als das Ensemble am Ende des Films entschlossen, es werden ja keine Namen genannt und es ist ja auch so ein bisschen eine Kondensation von verschiedenen Erfahrungen. Gab es denn Reaktionen? Hat sich jemand erkannt gefühlt oder Drohungen oder böse Briefe? Nein. So, ich in Barcelona, ich habe doch öffentlich gesagt, wer die Person, die mich braucht hat und in Barcelona, es gab Drohungen, so zu mir, Drohungen, wie hier das heißt, zu mir und dann, das war krass, aber hier in Deutschland, das haben wir nicht erlebt. Kannst du was, also das war auch der ausschlaggebende Punkt, um dann diesen Film wahrscheinlich zu machen, was denn in Barcelona passiert ist? Hat das denn irgendwas gebracht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen? Also hat das was geändert? Ja, total. Also ich habe Schauspielstudium in Barcelona gehabt und ich habe, und einer meiner Lehrern hat mich missbraucht und ich kam hoffentlich mit zehn anderen Frauen und er hat nicht weiter dort. Ich habe dort gearbeitet und so hat sehr viel geholfen, dass wir in der Öffentlichkeit kamen, aber dann trotzdem, er wollte uns verklagen und am Ende, es war eine sehr tragische Situation und ja, er ist jetzt gestorben. So, ein anderer Film jetzt kommt, aber genau, sehr, sehr dramatisch, aber ich finde, es ist immer noch leichter für Leute darüber zu reden und laut zu sein und auf die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, okay, wir wollen nicht mehr so viel Angst haben und alleine zu Hause weinen, sondern wir sagen, nein, stopp und wir können Sachen verändern und deswegen war auch diese Film, so habe ich zusammengehend die Leute, sagt auch als Ensemble, okay, stopp. Wir machen da nicht mehr mit. Aber dazu braucht es natürlich auch Leute, die mutig genug sind, sich damit an die Öffentlichkeit zu wenden oder eben auch so offen darüber zu sprechen. Was ich bemerkenswert finde, also in Anbetracht dessen auch, was ihr ja beide erlebt habt oder du vielleicht nochmal stärker, ohne das gewichten zu wollen, ist, dass diese Figur, die Christoph Gawender da spielt, dieser Franz Kramer, also der wird natürlich immer despotischer und der wird immer ätzender, das spielt er auch, finde ich, wahnsinnig gut, aber trotzdem gibt es ja auch immer Momente, wo er hilflos oder ohnmächtig oder auch total lächerlich wirkt. Also es ist ja nicht so dieses klassische Gut gegen Böse. Wie habt ihr das geschafft, diese Differenziertheit zu wahren, dass er eben nicht nur so eine böse Übergestalt ist und trotzdem halt manchmal tatsächlich denkt, so Mensch, eigentlich ist er ja nur ein armes Würstchen. Ja, ich glaube, es war wichtig, weil wir wollten nicht so ein Stereotyp erzählen, in dem es ganz einfach ist, den Finger auf einen Mann zu zeigen und zu sagen, der ist böse und das ist gar kein Problem sonst, sondern das ist ein Monster, sondern irgendwie darauf hinzuweisen, dass es eben auch ein System ist, von dem er beschützt wird und das auch viel mit Ignoranz zu tun hat und von diesem Franz Kramer sozusagen einfach so ein Nichtwahrnehmen anderer Perspektiven auch ist und dass er auch oft gar nicht versteht, was jetzt eigentlich das Problem ist, das ging ja immer schon so, also sozusagen, aber dass er eben gleichzeitig nicht ein böser, ein Monstermann ist, sondern eben… Ja. Und ich glaube, das hat Christoph sehr gut verstanden von Anfang an und sehr gut gespielt und gebracht, dieser genau so… Mein Gott, es tut mir manchmal leid für ihn, oder? Und ich glaube, das war sehr wichtig für uns auch, weil das ist, was wir auch erlebt haben, so mit den Leuten, die wir kennen. Und es ist nicht nur dieser böser Mann, sondern auch pathetig manchmal. Und auch eigentlich sozusagen das Sich-Wehren von Ela ist auch nicht perfekt, also sie macht das auch nicht im Sinne von, ich mache alles richtig, sondern sie überschreitet ja in ihrem Wehren eigentlich auch wieder Grenzen. Und dass das so ein bisschen in beide Richtungen geht, dass auch die Hauptfigur sozusagen nicht nur einfach Heldenfigur ist, sondern auch Fehler begeht in dem Sinne. Ja, also ich finde, es funktioniert auch gut, dass eigentlich alle Figuren in diesem Ensemble ja auch eine Entwicklung durchmachen, weil Benni, der ja am Anfang immer hinter den Kulissen meckert und sobald er dann konfrontiert wird oder was sagen soll, ich habe nichts gesagt, ich habe kein Problem. Also das klappt ja bei allen gut. Jetzt abseits von dem Ensemble, was mir noch sehr positiv aufgefallen ist und was ich so auch selten gesehen habe, ist ja diese zweite Ebene ist ja Elas queerer Freundeskreis, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Das ist ja wirklich so ihr Safe Space, wo sie sich fallen lassen kann, wo man dann zum Beispiel bei dieser Pole Dance Stange auch sieht, dass sie das eigentlich sehr wohl alles drauf hat, wenn man ihr den geschützten Raum dafür bietet. Was ich gut fand, war, dass diese Queerness aber überhaupt nicht thematisiert und vor allen Dingen auch nicht problematisiert wird. Wie wichtig war euch das so beiläufig und so selbstverständlich, das zu zeigen und das noch mit reinzubringen? Sehr wichtig. Ich glaube, dass wir sind ein bisschen so langweilig von Filmen, die nur da ist das Problem und so und wir sind immer noch in der Suche von neuen Queeren Filmen und das müssen wir viel mehr machen. Leider hat auch ein bisschen die andere Seite, dass für manche Queere Festivals, wir waren nicht Queer genug. Das müssen wir weitermachen und weiter sagen, das ist auch Queer. Es ist nicht nur Queere die Geschichte, sondern auch wer hinter der Kamera steht, wer die Schauspieler sieht. Es war auch ein sehr Queeres Cast. Und das ist für uns sehr wichtig und werden wir trotzdem, nicht trotzdem, sondern so weiterarbeiten in der Zukunft. Ihr habt ja, glaube ich, auch auf eurer Website von eurer Filmproduktion, habe ich einen schönen Satz gelesen, da stand, Feminismus und Queerness ist kein Genre, sondern eine Agenda. Also das ist wirklich was, was ihr versucht halt auch wahrscheinlich in euren Arbeitsprozessen mit unterzubringen und nicht nur zu zeigen. Ja, also uns ist wichtig eben auch als Menschen hinter der Kamera. Also es gab ja so wichtige Bewegungen wie Act Out, wo viele DarstellerInnen sozusagen für Repräsentation vor der Kamera und für die Charaktere und Rollen und Figuren sich eingesetzt haben. Und wir versuchen das eben auch hinter der Kamera zu machen. Also wer schreibt die Geschichten, wer ist in Machtpositionen, um das auch schon an der Stelle aufzubrechen, welche Geschichten werden überhaupt erzählt, auch postmigrantische Stimmen immer weiter zu fördern. Und ja, das sozusagen schon im Kern anzusetzen, auch hinten und eben nicht nur zu sagen, wir schmücken uns mit einer Queeren Love Story, sondern das ganze Konstrukt ist queer und feministisch. Queer leiden auch unter anderen Themen, das ist auch wichtig. Genau. Genau, das fand ich ja so besonders, dass es eben nicht, sondern dass das wirklich ihr stabiler Hafen ist quasi und nicht das Problem, was noch irgendwie drumherum ist. Jetzt vielleicht eine Sache, die ich noch vergessen habe, die aber vielleicht wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr alle total in der Theatergeschichte versiert seid. Vielleicht könnt ihr noch mal was sagen, warum ihr dieses Stück von Wedekind ausgewählt habt und welches Stück das überhaupt ist, weil Lulu, das Stück gibt es ja so nicht. Was war da der Hintergrund, warum habt ihr das genommen und was war das Besondere dabei? Also ich habe dieses Stück in der Schauspielschule gelesen und ich glaube, dass Paula und ich, wir sind sehr langweilig auch von dieser älteren Stücke, die jetzt als neu feministisch gemacht wird und Texte, die überhaupt nicht feministisch sind und die versuchen, das neu zu machen. Und normalerweise sind es auch Männer, die das neu feministisch machen, weil älteren Stücke sind frei von Rechten, deswegen kosten sie nicht so viel Geld, deswegen ist es einfacher zu machen. Und ich glaube, dass Lulu war perfekt, weil es auch diese Extrasexualisierung von Lulu und wir haben auch den Stück benutzt als zweite Ebene, was zu Lady Bitch passiert. Willst du etwas mehr sagen? Ja, ich glaube, es ist auch repräsentativ für eben diese alten Texte und auch der Text, also Lulu ist von einem Mann geschrieben und wird von einem Mann inszeniert und dann ist da diese junge Schauspielerin, die Lulu repräsentiert und hat vielleicht Ideen und wird nie gehört und ihr wird keinen Raum gegeben und eigentlich soll es in weibliche Perspektiven gehen. Aber ja, es war sozusagen einfach so eine Spiegelung auch von den Ansprüchen an die Frau und an Ela und an Lulu und man soll sexy sein, aber auch trotzdem kindlich und verführerisch, aber unschuldig und diese ganzen... Und die ganzen Männer, die spielen da rum so. Ja. Es war perfekt, dieses Stück. Hat perfekt gefallen. Ja, also fand ich auch, das bot sich dann an, weil ich glaube, es gab ja irgendwie, also es ist von der Jahrhundertwende, vom 19. und 20. Jahrhundert und es gab ja damals, glaube ich, auch einen richtigen Skandal und das galt ja auch damals als fortschrittlich, weil so mit diesem sexuellen... Es wurde sogar verboten. Genau, verboten und ja, es bricht halt mit diesem Tabu, aber eigentlich ist es wieder nur ein Mann, der auf eine Frau blickt und sobald das Idealbild dieser Frau, das er hat oder dieses Fantasiebild zerstört wird, gibt es halt Probleme. Also hat der Mann damit Probleme. Nochmal zurück zum Film, was ich mir heikel oder schwierig vorstelle, ist ja immer, wenn man über sexualisierte Gewalt oder Machtmissbrauch spricht, besteht ja immer die Gefahr, dass man das reproduziert, weil, na, dass man das Opfer weder zum Objekt macht oder die Betroffenen oder halt die Perspektive des Täters einnimmt. Gleichzeitig muss man es aber ja irgendwie zeigen, um es sichtbar zu machen. Wie seid ihr mit diesem Widerspruch, wenn es für euch überhaupt einer war, umgegangen? Was war da die Problematik? Wie habt ihr das gelöst? Also ich finde, ihr habt das gut gelöst, aber gerne aus eurer Sicht. Ja, also ich glaube, dass für uns war sehr wichtig, so auch mit dem Schafspieler sehr nahe zu arbeiten und zu sagen, okay, was sind auch eure Limits, so es gäbe auch keinen Kuss zwischen Franz Kramer und Ella, so zwischen Christoph und Celine, so ist, wir haben viel gemacht, ohne nichts zu sagen, so außerhalb der Szene von der Theaterkonzeption und der Theaterprobe. Und da haben wir versucht, so ein bisschen auch viel mehr mit Komödie zu arbeiten. Das hat uns geholfen, so ein bisschen nicht so viel diese Dramatik zu haben. Ja, ich glaube, dass uns wichtig war, dass also diese ganzen Vergewaltigungsszenen und diese ganze sexualisierte Gewalt haben wir schon so oft gesehen in Filmen. Und wir wissen, wir können uns alle was darunter vorstellen und uns war wichtig, dass wir eben gucken, was repräsentieren wir in unserem Film auch wieder. Also sogar schon die, also es war die ganze Zeit voll die wichtige Frage für uns, was zeigen wir auch in den Proben, was ist notwendig, um irgendwas zu verstehen und was ist dann vielleicht gar nicht notwendig. Und müssen wir nicht nochmal repräsentieren und nicht nochmal zeigen. Und viel von das, es kommt durch den Theaterstück, das finde ich sehr gut, dieses von sehr viel Gewalt. Und es ist auch ein bisschen dieses Thema von, es ist nur Theater. Es ist nicht Realität. Wir spielen nur. Was dann danach wird, nochmal von Franz Kramer oder Ella und Benny sagen, wir spielen nur. Es ist nicht echtes Blut, auch wenn das Baby ist echtes Blut. Also die Szene, die ja relativ zum Schluss ist, also es gibt ja ganz am Ende diese Katharsis auf der Bühne, wo sie sich alle widersetzen, aber davor ist ja die Szene mit dem Kunstblut, die aber, stelle ich mir vor, auch heikel gewesen sein muss. Weil es ist ja so, es hat auch was Komödiantisches, dadurch, dass sie der Tochter halt sagen, ist alles nur Spaß, dass Benny diese Zirkusmelodie pfeift. Aber es hätte ja auch irgendwie umschlagen können, dass man irgendwie denkt, da ist jetzt der Mob, der sich auf den Stößt. Weil warum war euch das wichtig, das so drastisch zu zeigen und es hat ja auch so ein bisschen was von Rache und Demütigung und sie geben ihm das jetzt zurück? Everything. Ja, also einmal, ich glaube, das ist eben genau das, also dass in ihrem Rache-Zug schlägt Ella eigentlich auch wieder über die Stränge und geht eigentlich zu weit oder die ganze Gruppe. Also in diesem explosiven, wir wehren uns jetzt, ist es eigentlich auch voll der Übergriff ihm gegenüber und er bekommt so ein bisschen, wie sagt man das, a taste of his own medicine. Also so, er ist den ganzen Film über, sagt er, ja, es ist nur aus Spaß und wir spielen nur und jetzt merkt er sozusagen die Konsequenzen dieses nur Spielen und er liegt auf dem Boden im Blut und ist genauso gedemütigt, wie wenn er sozusagen, also ja, das Bild steht trotzdem. Und ich glaube, dass auch dieses, dass ihre Tochter da ist, ist auch ein bisschen als, es gibt immer noch immer ein Publikum oder es gibt immer jemanden, die guckt, so auch wenn es nur Theater oder auch wenn es nur ein Film und wir haben so ein paar Szenen von Gewalt reproduziert, aber es ist lustig in unserem Film. Es ist, finde ich das manchmal, das ist das Wichtige, dass man geht raus und kann ein bisschen alles ordnen und nicht nur Sex für Sex und Blut für Blut. Und auch diese, diese doppelte Ebene nochmal und dass man es im Endeffekt auch immer wieder, naja, auf das Spiel schieben kann. Weil ihr gerade die Tochter erwähnt habt, das hat mich so ein bisschen gewundert, warum taucht die noch auf, die kommt ja relativ spät, was hat die eine Funktion, warum habt ihr euch entschieden, dass die noch kommen muss? Ich glaube, wir wollten jemanden so jung und die guckt, als Zuschauer so, okay, das auch ein bisschen, das war für uns wichtig. Und auch, ich glaube, es war wichtig als Element auch für den Regisseur, also dass man am Ende nochmal was zeigt, wo man, wo man dann wieder bricht mit diesem, er war die ganze Zeit ein Arschloch und plötzlich ist er so ein lieber Vater mit so einem Kind. Vielleicht in diesem Moment nicht so ein lieber Vater, aber er konnte. Er ist trotzdem sozusagen jemanden, der sich kümmert und der eine Vaterfigur ist und mit einem anständigen Kind hat er gut erzogen. Ja, ich habe das auch irgendwie so ein bisschen ambivalent gesehen. Ich habe mich gefragt, wolltet ihr ihm was Menschliches geben, so wie du das jetzt sagst, oder vielleicht auch zeigen, er kann ein guter Familienvater sein oder ein guter Vater, aber er kann sich trotzdem wie ein totales Arschloch gegenüber seinen Untergebenen verhalten. Beide sicher. Und sie hat auch alles gesehen und Kinder kopieren alles. Sie lernt, ja, was nimmt sie jetzt mit von ihrem Vater, was bekommt sie vielleicht auch an anderen Stellen mit? Und das ist auch eigentlich ein bisschen basiert auf Christoph Gawenders Geschichte, dass er spielt auch Theater und er hat uns auch erzählt, oh mein Gott, meine Tochter sieht, dass ich Blut im Kopf habe und wie ich so alles mache und dass sie als Kind manchmal nicht alles ordnen kann. Von was ist, ist das Theater oder Realität? Und das hat auch uns ein bisschen inspiriert für diese Szene von, weißt du, auch Kinder gucken Filme und alles kommt irgendwie rein und wir müssen auch sehr viel aufpassen mit solchen Situationen. Wo wir gerade bei Übertreibung und bei Spiel waren, also spätestens in der Szene, wo Ela dann den Anruf von der Assistentin der Intendanz kriegt und sagt, ja, sie müsste aber morgen auftreten. Also spätestens da habe ich mich gefragt, so, puh, kann das passieren? Und wie überzeichnet oder übertrieben ist das, was ihr da mit dem ganzen Film darstellt, diese Theaterwelt, musstet ihr viel übertreiben oder habt ihr es eher… Gedeckt. Das Gegenteil. Okay. Möchtet ihr das noch ein bisschen ausführen oder sollen wir es uns einfach vorstellen, wie es möglich ist? Also ich glaube, solche Sachen wie Leute fühlen sich unwohl oder erleben Machtmissbrauch oder sexuelle Übergriffe und müssen dann trotzdem spielen, weil sie vertraglich gebunden sind oder im Ensemble sind und mit RegisseurInnen arbeiten müssen, mit denen sie sich nicht verstehen und alles sowas, ist, glaube ich, ja, unterkannt. Also es ist so das Minimum und ja, es ist auf jeden Fall, es geht hoch her. Leider, ja. Daran anschließend vielleicht noch, bevor ich für euch auch mal die Fragerunde mitöffne. Wir hatten ja, also es gibt jetzt, glaube ich, vom Deutschen Bühnenverein seit 2018 so einen Verhaltenskodex. Es gibt diese Vertrauensstelle Themis. Es gibt immer mehr Studien über prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Machtmissbrauch. Es gibt immer mehr Fälle, aber es gibt immer mehr Fälle, die bekannt werden. Würdet ihr denn jetzt aus eurer Erfahrung sagen, die deutsche Theaterwelt ist auf einem guten Weg oder was müsste man deutlich verbessern, damit es vielleicht ein bisschen schneller geht? Oder reicht das schon? Ja, ich glaube, dass wir müssen, ich weiß nicht, ich glaube, dass wir müssen vielleicht alle uns so ein bisschen viel mehr achten und nennen die Sachen, die wir sehen. Weil manchmal wir machen, naja, mehr oder weniger, ich sehe hier Missbrauch, aber ich nenne das nicht als Missbrauch, deswegen kann ich weiterleben. Und ich glaube, dass wir brauchen viel mehr Klarheit. Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall auf einem richtigen Weg ist, weil mehr darüber gesprochen wird. Ich glaube, es ist wahnsinnig viel noch nicht ausgesprochen worden und noch nicht in der Öffentlichkeit, was, glaube ich, auch noch kommen wird. Und ich glaube, dass, also es gibt jetzt zum Beispiel immer mehr Intimitätskoordination fürs Theater, irgendwelche Intendenzen oder eher für Filme auch, aber im Theater habe ich das Gefühl, ist es irgendwie weniger besprochen worden als jetzt im Film. Also, weil wir jetzt gerade über die Theaterszene redeten. Oder eben, also was ja auch ein großes Problem jetzt der Theater und auch der Filmindustrie ist, sind diese sehr steilen Hierarchien. Also ich glaube, dass wir nicht gegen Hierarchien sind, die sind oft auch hilfreich und effizient und so. Aber dass, wenn die eben so steil aufgebaut sind, dass es sehr dazu einlädt, seine Macht zu missbrauchen. Und jetzt zum Beispiel gibt es ja immer mehr Doppelspitzen und Kollektive, wo sozusagen einfach so grundsätzlich Strukturen versucht werden aufzubrechen. Ich glaube, das ist so richtig. Aber ich glaube, es ist noch ein langer Weg. Es gibt noch viele Menschen in Machtpositionen im Theater und auch im Film, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr andere Ansichten haben. Ich glaube, dass wir alle kennen so Kostipps von allen. Und ich glaube, das ist auch hart, weil die Personen, die das erleben, die müssen reden. Wir können auch niemanden so pushen und sagen, nee, sag das, weil es ist, jeder hat ihr eigenes Tempo und das muss sehr gut respektiert. Nicht jeder muss daraus eine politische Agenda machen. Also nur, weil ein Missbrauch widerfahren ist, muss man, man muss es nicht öffentlich machen. Man muss nicht irgendwie sich öffentlich gegen irgendjemanden stellen, aber es ist, ja, noch viel zu tun. Umso beeindruckender und umso wichtiger, dass ihr das aber getan habt. Also sowohl jetzt hier als auch mit eurem Film. Dankeschön. Kann man auch mal klatschen. Danke. Ich sehe schon den ersten Herrn, der die Hand reckt. Genau, da komme ich für den Mikro. Danke. Ja, danke für den wirklich schönen Film. Die männlichen Kollegen, die haben sich solidarisch gezeigt in dem Film und vielleicht sogar das angestoßen. Entspricht das eurer Realität auch im Leben? Und wie wäre es, wenn die Männer gesagt hätten, nee, wir sehen das anders oder so? Wäre das genau so zu einem Ende gekommen? Wir haben den Film gemacht mit der Frage, was hätten wir uns gewünscht, was wir uns von den anderen gewünscht hätten. Also es ist ein utopischer Ansatz, weil es uns nicht so passiert ist. Und ich glaube, dass das ein wahnsinnig wichtiges Element ist, diese Solidarität. Auch von den Männern, weil auch wenn sie nicht direkt betroffen sind, wobei man das auch hinterfragen könnte. Ich glaube, die sind auch betroffen. Aber dass sie sich zusammentun ist total wichtig und ist uns so leider nicht passiert. Aber uns war wichtig, das auch zu reproduzieren, diese Bilder und zu zeigen, dass es eine Möglichkeit ist, damit wir als Gesellschaft sehen, ah, das ist eine Möglichkeit, sich irgendwie zu solidarisieren und zu helfen. Aber ich würde sagen, dass es auch Tempo für jeden. Ich würde sagen, dass die Rolle von Benni, die Person, die am Anfang so viel sagt und danach, ich war auch irgendwie in der Version von Benni. Ich glaube, dass jede Person ist in jedem Moment in seinem Leben und das kann nicht bedeuten, dass vielleicht in ein paar Jahren die gleiche Person kann sehen, okay, krass, das hatte ich vorher nicht gesehen und jetzt ja. Es gibt auch Hoffnung in die Richtung. Es gibt auch weitere Fragen oder auch Kommentare. Ja, ich komme mit dem Mikro. Dankeschön, großer Fan von dem Film. Vielen Dank nochmal. Kurze Frage für diese Deklination von Hierarchien. Also der Autor kommt in die Theaterbühne rein und vorher gibt es schon so dieses Zurechtweisen. Von den anderen. Nicht von ihm, sondern von den anderen. Wie begegnet ihr dem? Oder habt ihr da eine Antwort gefunden? Gibt es da, was kann man da machen? Ich glaube, dass das eine gute Beobachtung war. Ich glaube, das ist wahnsinnig viel Teil von diesem Raum, in dem man als betroffener Mensch nicht das Gefühl hat, was sagen zu können, weil es auch die anderen drumherum das so tragen und so schützen, gewollt oder ungewollt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt darauf eine Antwort haben. Also ich glaube, dass es wichtig ist, in dem... Ihr habt ja den Film gedreht, ihr habt euch damit beschäftigt. Ja, was ist unser Lösungsvorschlag? Ich will jetzt nicht eine universelle Antwort, aber habt ihr euch damit auseinander... Entschuldigung, ihr habt ja den Film gedreht, ihr habt euch damit beschäftigt, sicher... Ihr habt die Situation, ihr habt ja die Szene gehabt und deswegen ist die Frage, also habt ihr da eine Antwort gefunden oder... Also ich glaube, es geht viel um Aufklärung und um Wissen, also Sachen auszusprechen und zu sagen, überhaupt das Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, es macht auch was aus, dass du als Zeugin sozusagen dich anders verhältst oder das anders aufdeckst, also ein bisschen in die Richtung, wie Assad das gemacht hat, also dass er manchmal so Sachen versucht hat zu hinterfragen oder so, hä, das macht jetzt hier keinen Sinn oder so, wird ja auch immer wieder gedeckelt oder dieses Schweigen, was in dem Raum passiert. Und ich glaube, unser Ansatz oder auch bei uns in der Arbeit ist natürlich viel von uns aus, von den Personen in der Machtposition, in der Verantwortungsposition den Raum anders aufzumachen und zu sagen, okay, wir möchten, dass ihr uns Feedback gebt und so. Ich glaube, es beantwortet nicht deine Frage, ich sehe dein Gesicht, I don't know, aber das sind jetzt so Gedanken. Danke. Zweiteres, was Sie wissen möchten, ja. Wenn wir uns einmal gerade durchgehen. Ja, auch danke für den Film und die Wunschvorstellung am Ende, dass das Ensemble sich wehrt gegen den Regisseur. Ich habe allerdings ein, zwei Probleme doch auch mit dem Film, die will ich auch erwähnen. Mir erschien, der erste physische Übergriff, der stattfindet von Seiten des Regisseurs, ist ja der, als Sie in der Kneipe sind. Sie haben alle was getrunken. Und das fand ich eigentlich dramaturgisch gesehen keine sehr gute Entscheidung, weil natürlich dann viele Leute sagen werden, naja, klar, wir haben was getrunken und dann bitte das halt, also wie im Karneval, wie auch immer. Und wir wissen alle, also Schauspiel ist, Nähe Künstler sein und so weiter und so fort und das zuzulassen, das habt ihr am Anfang ja auch da, also auch expressis, wer habe ich es gesagt. Vielleicht könnt ihr das für mich motivieren, warum ihr das in so einer Konstellation macht, denn das Argument, dass das immer wieder in solchen Konstellationen passiert. Genau für das. Ja, aber das, aber das, Moment, ja, das gibt aber immer, dann kommt es immer derselben Ausrede. Die Gewalt, die Gewalt, die, also ihr habt gesagt, gut, in anderen Filmen wird schon die Gewalt auch so gezeigt, so realistisch. Ich bin davon nicht recht überzeugt und es passt auch nicht zusammen mit dem, was ihr als humoristischen Ansatz bezeichnet habt. Ja, also Benni sagt ja selbst diese scheiß Ironie immer und man kann ja sagen, die ganzen Kassdorf-Geschichten in Volksbühnen und so weiter und so fort, was da gelaufen ist, was da läuft, ja klar, das ist ein, wir wissen alle, dass das ein riesen, oder die, die das wissen, wissen, dass das ein riesen Problem ist. Aber, ja gut, hier in Frankfurt haben sie heute wie Palitsch ganz andere Modelle ja versucht, aber das geht natürlich auch in andere Fragen. Aber mir ging es wirklich um diese einzelne Szene, das erschien mir nicht plausibel, dass, also die Wiederholung der Realität sozusagen unterläuft den humoristischen Ansatz. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Und ihr kriegt dann, ihr kriegt auch keine Fallhöhe rein oder ähnliches, ja. Das wäre vielleicht doch immer wichtig in ein, zwei Stellen, ähm, sonst bleiben wir sozusagen auf dem ganzen scheiß Ironie-Level, ja. Und das ist nicht gut, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt zwischendurch, habe ich dich irgendwie gedanklich verloren, ähm, aber, also wenn ich jetzt, nein, wenn ich jetzt, also ich verstehe, wenn ich dich richtig verstehe und korrigiere mich, sozusagen, dass du dir eine andere Situation für den körperlichen, sexuellen Übergriff gewünscht hättest. Das finde ich sehr interessant, weil das ist genau das Gleiche, das hat zu mir passiert, dass auch mein Übergriff war, dass er und ich waren betrunken und ich war auch sehr sexy. Und das ist immer genau die gleiche Situation von, ah, sie hat dieses, das getragen oder es gab Alkohol. Und das finde ich genau das wichtig und genau das, ähm, den Film, den wir gemacht haben, wenn ich, wir haben uns gefragt, was dramaturgisch wichtig ist, sondern was wollen wir erzählen, was ist für uns wichtig zu wissen. Wir haben nichts studiert, dramaturgisch, es gibt, vielleicht nicht das, aber ich finde, viele andere Sachen sind vielleicht nicht so gut dramaturgisch, aber irgendwie, das macht auch unser Film und ich glaube, dass, ähm, dass alle unsere Entscheidungen sind irgendwie wichtig von, oder diese Entscheidung ist auch sehr wichtig von einer feministischen Perspektive. Uns war sozusagen wichtig, dass es sich eben genau in diesem Bereich bewegt, in dem es dann auch wieder leicht zu hinterfragen ist, ob das jetzt wirklich so schlimm ist, weil was uns, also, was uns passiert in unserem Leben ist, dass wir uns ständig, ähm, selbst hinterfragen und sagen, war das jetzt wirklich schlimm genug? War es nicht eigentlich die Situation? Hat das nicht irgendwie was hergegeben? Ja, oder ist es sozusagen wirklich so schlimm, ich soll mich jetzt nicht so anstellen und sozusagen sich ständig selbst in Frage zu stellen? Und weil es eben immer Situationen sind, wo es nicht so einfach, ähm, zu benennen ist, was jetzt wirklich, wer jetzt die Schuld hat oder was, aber man muss das Ganze dann in der Gesamtsituation, in dem Konglomerat dieser Machtstruktur betrachten, dass man sagt, dieser Regisseur hat eine gewisse Machtposition und wenn das jetzt zwei gleich alt, wenn das jetzt Robert und Ela wären in der Bar, wäre sozusagen die Machtposition und die Struktur anders. Macht dich nicht, ähm, wie heißt das so, macht dich ganz, ja, oder Alkohol, entschuldige dich nicht, ja. Ich würde gerne eine Sache vielleicht nochmal aus weiblicher Perspektive ergänzen, also um die Szene nochmal in Erinnerung zu holen. Erstens hat man so, sagt er ja, ich wusste das vom ersten Moment an, das heißt, er hat das schon geplant und das zweite ist, ich fand die Szene auch nicht humoristisch, ich glaube, die soll auch nicht humoristisch sein, aber sie sagt eindeutig nein und sie sagt mehrfalls nein und dann ist es doch völlig egal, wie betrunken sie ist und ob sie vorher ja gesagt hat oder sich zu ihm hingelehnt hat, das sehen wir ja gar nicht. Also ich finde, das ist schon sehr eindeutig und ich finde gut, wie ihr das umschrieben habt, um zu zeigen, es gibt überhaupt gar keine Entschuldigung und keinen Kontext und keinen Umstand, der erlaubt oder entschuldigt, wenn jemand nein sagt. Danke. Zweitere Fragen. Achso, ganz vorne, Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe nochmal eine Anschlussfrage. Also erstmal, ich finde es auch lächerlich, also Alkohol oder nicht Alkohol, ich denke, jeder ist seines eigenen Handlungseins sich bewusst zu jeder Zeit und wenn er es nicht ist, dann gibt es ein Problem, also das muss generell klar sein. Also dafür, das erstmal dahingestellt. Meine Frage ist, in Ihrem Umfeld gibt es ja den offensichtlich schwulen Freund, der da mit dabei ist, das ist ja jetzt doch ein Mann. Also warum gibt es diese männliche Unterstützung, da ist es nicht so ein Frauenmännlichkeitsding irgendwie, was ihr aufmachen wollt oder worum geht das? Dieser Charakter ist nonbinär, aber kann auch als Mann gelesen sein. Also es ist männlich gelesen, aber ich glaube, dass es eben nicht auch zu einem Kampf werden soll zwischen Mann und Frau. Also es ist jetzt nicht, Männer machen alles falsch und Frauen machen alles richtig, sondern was du am Anfang auch in deinen Fragen aufgegriffen hast, dass einfach, wie man sich verhält oder welcher Raum aufgemacht wird und obwohl das jetzt ein männlich gelesener Mensch ist, ist es trotzdem eine andere Sensibilität, mit der Situation umzugehen. Also es ist ja nicht, dass man sagt, in so einen Raum dürfen keine Männer, sondern, weißt du, also es ist ja trotzdem das Gegenteil. Ja, es geht ja darum, zusammenzukommen, so wie die Männer auch am Ende zusammenkommen in Solidarität. Ich habe auch eine Frage, wir haben vorhin schon vor dem Film ein bisschen drüber geredet zum Produktionsprozess. Ihr habt gesagt, es sollte eigentlich ein Theaterstück werden. Ihr hattet keine Filmförderung, keinen Sender da dabei. Dabei ist das ein, ich glaube, da sind wir uns eigentlich extrem wichtiger und gerade in unserer heutigen Zeit relevanter Film. Die vielen Preise sagen da quasi auch eh alles. Wie konnte das passieren? Wolltet ihr das gar nicht? Ich habe dir das versucht, erzählt ein bisschen was über diesen Prozess. Was wollten wir nicht? Geld. Wir wollen kein Geld. Nein. Ich glaube, wir haben das nicht versucht. Also wir wollten beide auch immer schon einen Film machen, aber die Eintrittsschwelle, in den Film zu kommen, ist wahnsinnig hoch. Also man muss studiert haben oder irgendwelche Kontakte haben, um überhaupt an Geld zu kommen. Und wir haben viel im Theater gearbeitet, wo es einfach niedrigschwelliger ist. Und wir haben dieses Projekt eben, also wir haben das angefangen, da hatten wir schon die Gelder vom Theater. Also wir hatten ein bisschen Geld vom Theater. Wir hatten insgesamt 66.000 Euro aus Theatergeldern, die eben uns zugesagt wurden für ein Theaterstück. Und dann konnten wir wegen Corona das nicht aufführen und haben dann mit schon zugesagten Geldern dann einen Film draus gemacht. Und wir mussten das Geld im gleichen Kalenderjahr ausgeben, komplett. Deswegen gab es nicht diese Zeit, dann Filmgelder zu beantragen. Das bedeutet, wir haben in neun Monaten sozusagen das geschrieben, gedreht, also den ganzen Film in neun Monaten gemacht, um eben das Geld im gleichen Jahr auszugeben. Und alle Leute bezahlt, das ist auch wichtig. Ja, genau. Also weil es eben kein Studentenfilm ist, wo die Leute, die dann im Team sind, können sich dann den Film irgendwie anrechnen lassen für ihr Studium. Das ging eben bei uns nicht und deswegen haben wir gesagt, wir müssen alle bezahlen. Und deswegen ging eben 90 Prozent des Budgets in die Leute, was uns total wichtig war. Aber deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben dann ein kleineres Production Value. Wir hatten zum Beispiel kein Lichtdepartment. Wir hatten wahnsinnig wenige Drehtage und haben gesagt, dann machen wir ein dokumentarisches Format, weil man da sehr viel mehr verzeiht in so Anschlussfehlern. Irgendwas ist nicht perfekt irgendwie abgefilmt oder ausgeleuchtet. Und ja, deswegen ist es jetzt so. Und ich habe noch eine Nachfrage, weil eure Produktionsfirma, Maxi, hat es schon angedeutet, ihr formuliert sehr klar und eine Haltung, was ihr wollt, wofür ihr einsteht, eben queer, feministisch. War noch ein drittes Schlagwort, ich glaube vielfältig, was ihr da gibt. Und dass ihr vielleicht sogar ja auch für andere so eine Plattform sein wollt. Ist das ein Weg, wo ihr sagen würdet, ja, ihr könnt euch vorstellen, auch dann zu produzieren, Stoffe, die wichtig sind? Ja. In der Zukunft. In der Zukunft, so, jetzt, wir sind auch sehr fokussiert und unser neuer Film, den wir mit Geldern machen wollen. Und so, wir wollen nicht so low budget, sondern wir wollen, wir sind auch Postbitches und wir wollen sehr mit größeren Budgets auch arbeiten und größere Filme und Mainstream auch mit unseren Themen. Und das jetzt, wir fokussieren, wir wollen auch weiter lernen, weiter unterbicken und dann vielleicht in der Zukunft doch, warum nicht produzieren, genau. Letzte Chance, gibt es noch Fragen oder Kommentare? Ist ja immer noch spannend, das ist jetzt kurz vor Kino-Start, auch wie der Film gefallen hat. Also, falls Sie da noch was zu sagen wollen, ja, da ist noch eine. Ich finde eigentlich ganz genial, wie die Parallele klar wird zu des Regisseuren geplanten Lieblingsdarsteller, nämlich Sie. Ich erinnere sehr genau, wie die Gruppe neu am ersten Tag zusammenkommt zum Proberaum und er strahlend verkündet, und sie ist Lulu, so als würde jeder sie kennen. Dabei erfahren wir ja, sie ist das erste Mal bei Kramer, ja. Und dieses Planen wiederholt sich zwar etwas zeitgeraft später in dem Rache-Feldzug. Das fängt an damit, dass sie nachts diese Canceled an der Theaterwand übersprühen und dann gibt es Telefon-Terror, der ja sogar die Vorpremiere oder sowas, Probe, stört und ihn wirklich kirre macht. Das finde ich genial, finde ich einfach genial, weil er mit seinen eigenen Waffen geschlagen wurde. Das finde ich einfach gut gemacht. Es war nicht zu dick aufgetragen, aber es war spürbar und hat mich gefreut. Ich bin nämlich auch von einem sehr dikatorischen Vater großgezogen worden. Dankeschön. Jetzt noch. Oh, die Vorführerin ganz hinten in der Ecke. Warte schön. Ja, hi. Also ich muss erst mal sagen, cooler Film. Der hat mir echt gut gefallen und ich fand auch die Machart sehr schön, weil ihr manchmal, das habe ich jetzt nur, glaube ich, bei so zwei, drei spanischen Horrorfilmen gesehen, dass ihr die Tonebene manchmal auch als eigene Ebene verwendet habt. Und das fand ich ja immer spannend, wenn man tatsächlich, wenn es Filmemacher schaffen, tatsächlich, sage ich mal, auch diese zwei Ebenen dann einzeln mal zu benutzen als tatsächlich. Ich meine damit, dass zum Beispiel bei dieser Barszene war der Ton total losgelöst von dem Bild. Das war ja ein bearbeiteter Ton. Und in dem Moment finde ich es halt spannend, wenn Filmemacher tatsächlich diese zwei Ebenen auch sehen und die tatsächlich auch als zwei Erzählebenen quittrennt voneinander benutzen und man es ja aber trotzdem irgendwie zusammensieht. Also erst mal, das fand ich ziemlich interessant. Und auch wie er den Film fotografiert hat, diese ganze Erzählart, weil dieser ist ja sehr, also ich muss sagen, ich finde, da gab es schon eine Fallhöhe, weil ich fand, der Film kam, zuerst hatte ich so den Eindruck, es ist wie The Office, aber das englische The Office bloß am Theater. Also dieses Ganze, das ist jetzt mal ein bisschen herablassend erzählt, aber dieses ganze Broknes-Gelaber eigentlich, wo jeder seine Befindlichkeiten hat. Also ich kenne das auch, ich habe früher so ein bisschen Theater gespielt, aber ich kenne es auch als Musikerin. Also jeder hat dann immer so Befindlichkeiten und alle wollen über alles sprechen und das ist eigentlich manchmal auch ermüdend. Und deswegen musste ich sehr lachen am Anfang, aber ich fand auch dann, wie sich diese Erzählart verändert hat ab diesem Vorfall eigentlich. Es ist ja gar nicht mehr so gewesen wie in The Office, sondern da war ja ein richtiger Auftrag dann da oder das war ja seriöser, das fand ich irgendwie auch cool erzählt. Also es hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe eine Frage, ich finde es ja ein bisschen schade, dass eigentlich, also der Titel finde ich super, aber eigentlich finde ich es schade, dass heutzutage tatsächlich, wenn man eine starke Frau sieht, dass die immer noch als Bitch bezeichnet wird. Und dass das ja eigentlich noch immer noch so ein negativ behafteter Begriff ist. Also sobald ich irgendwie Erfolg auf der Arbeit habe oder in irgendeiner hohen Stellung bin, keine Ahnung, bin ich eine Bitch, weil ich eigentlich irgendwie den gleichen Job wie ein Mann mache und die Frau wird dann eigentlich abgestempelt. Sie ist nicht fraulich genug und sie ist eine Bitch und sie ist zu hart und der Mann wird aber dafür gefeiert. Also wenn das über einen Mann gegangen wäre, wäre es jetzt wahrscheinlich ein anderer, wäre es vielleicht ein positiver, behafteterer Titel gewesen. Und das wollte ich mal fragen, ob ihr tatsächlich das so ausgesucht habt oder war das einfach, weil ihr gedacht habt, Lady Bitch ist ein cooler Kämpfer. Also erstmal danke für dein Feedback. Und ich glaube, vielleicht geht das auch sozusagen nochmal als erklärendes Punkt, also ich schätze auch voll, was du als Feedback sagst. Und dass es aber da wirklich auch gebrochen war, aber ich fand gut, dass du das nochmal jetzt gesagt hast, weil mir das nochmal in Erinnerung gerufen hat, dass es eben dieses Lachen im Halse, Steckenbleiben Moment sein soll, wo es eben plötzlich, man lacht die ganze Zeit und alles ist immer so, ja, wir haben alle voll viel Spaß und plötzlich ist es dann einen Schritt zu weit. Willst du das mit dem Titel? Ja, also ich glaube, das Minimum in unserer kleinen Community, also wir benutzen Bitch auch als Waffe, also ich als Teenager, ich habe dieses Bitch oder Pera sehr oft als etwas Negatives und jetzt wir versuchen, das zu benutzen als etwas Positives. Wenn wir uns so nennen, dann ist es egal, wenn dann dieses Wort irgendwie hat eine andere Bedeutung. Und das ist für uns ein sehr schönes und positives Wort. Und das gleiche so mit, ich weiß nicht, Marika aus Spanisch, schwulisch, keine Ahnung, dass wir uns so nennen, damit dann dieses Wort hat eine andere Bedeutung, dann wir reinventen dieses Wort und wir machen es uns. Das neu zu besetzen sozusagen und zu sagen, okay, du nennst mich Bitch, aber ich nenn mich selber Bitch. Und wenn ich mir den Namen selber geben kann und selber entscheiden kann, was es bedeutet. Und ich glaube, dass auch die Idee von Lady Bitch ein bisschen in diese Idee reinspielt. Sagen wir, wir kennen auch von dieses, wir brauchen. Ja, von diesen Ansprüchen sozusagen. Also du musst eine Lady sein, aber auch eine Bitch. Also du sollst, also was ich vorhin gesagt habe, so diese Ansprüche an die Frau, die eben irgendwie süß und kindlich und so und verführerisch und sexy und alles Mögliche gleichzeitig sein soll. Und das eigentlich total die Widersprüche sind. Aber sie das irgendwie versucht, in sich zu vereinen und für sich irgendwie neu zu besetzen. Warte, 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 Pamela, du weißt doch. Ich fand es auch gut, dass sie ja, als sie es an Spiegel geschrieben hat, ab dem Zeitpunkt hat sie ja auch nur noch dieses Flammen-Latex-Ding an, irgendwie in jeglicher Variation. Die hat es ja gar nicht mehr ausgezogen. Also ich dachte dann vielleicht, das ist auch so ein bisschen so dieses Superhelden-Kostüm, sie ist halt jetzt die Superhelden-Lady-Bitch oder so. Das habe ich schon verstanden und ich finde, wie gesagt, ich finde den Namen ja nicht doof und ich finde den ziemlich cool, aber ich dachte dann immer, weil so in amerikanischen Filmen oder so, oder sag ich mal in englischsprachigen Filmen, ist der halt immer noch sehr negativ behaftet und man könnte ihn dann auch falsch interpretieren, nämlich so nach dem Motto, in dem Moment, wo sie eigentlich für sich selber aufsteht und sagt, okay, sie bringt das jetzt, sie spricht es an und behält es nicht mehr für sich, was ja auch Mut kostet eigentlich, weil man, wenn einem das passiert, sich ja auch immer anzweifelt, genau in solchen betrunkenen Situationen, dass man ja eigentlich denkt, habe ich mich jetzt richtig erinnert, habe ich mich eigentlich, also das ist ja auch das Schlimme, finde ich, in so einer Situation, dass man eigentlich am nächsten Tag sich überlegt, war ich das eigentlich und eigentlich überhaupt nicht erst mal denkt, ja, was für ein Arsch irgendwie und das habe ich halt gemeint, dass man es dann vielleicht so in der Art auch lesen könnte, oder so. Ja, ich glaube, das ist total stimmt, aber ich glaube, dass in der auch viel queerer Community, auch in Amerika, dieses Beach auch total als cooler, und reinvented, aber totaler Punkt. Das ist beides, ja. Also, aber wenn das jemand so lesen wäre, ist es auch interessant, weil natürlich die Leute den Film aus unterschiedlichen Lebenssituationen heraus unterschiedlich wahrnehmen und manche vielleicht sagen, ich habe bis zu dem Übergriff überhaupt nicht gemerkt, dass es ein Problem gibt und andere sagen, ich habe seit der ersten Sekunde gekotzt. Also, und das ist ja, also wenn jetzt irgendjemand sagt, ah, Bitch ist, weil sie jetzt eine dumme Bitch ist, dann ist das auch deren Problem sozusagen, das so zu lesen. It's just a bitch, you know. It's just a dog. A wife. A wife dog? A female dog. Und ich meine, es ist ja auch eine Ansage, eure Produktionsfirma ist Lady Bitches, im Plural. Also, ja, das ist ein Statement und das spürt man auch dann, wenn man das liest. Gibt es noch was? Ja. Ja, danke für den Film. Hat mir sehr gut gefallen. Ich mag es gern, wenn man so ein bisschen durch die Stimmen geschleudert wird. Mir hat auch richtig gut die Musik gefallen, da ich mir zwischendurch so IO. Ich habe auch eben bei Credits versucht, mir die Namen zu merken. Ich habe es wieder vergessen, leider. Wir haben eine Playlist. Sehr schön. Genau, ich glaube, in einem Titel stand auch Lulu mit drin. Habt ihr die Musik extra für den Film schreiben lassen? Habt ihr die gesucht? Ich habe die gesucht, aber fast alle unsere Freunde sind Musiker und dann, wir waren okay, was können wir benutzen? Wir hatten sehr wenig Geld und nur zwei. Die Lady Bitches Lied und das letzte für Lulu. Diese zwei sind geschrieben von zwei Freundinnen. Das sind auch die einzigen beiden Songs, die noch nicht in das Polyfinal sind. Aber die kommen noch. Die kommen noch, die machen einen Release. so Wald und die werden bei Spotify und wenn nicht, Fairbif und Lorelei die findest du auch in Instagram und die sind sehr coole Leute und die machen sehr, sehr schöne Musik. Heißt die Spotify Playlist wie der Film? Lady Bitch von Lady Bitches Productions. Wozu wissen? It's easy to find. Film Musik oder so. Ja, das ist jetzt natürlich die nächste logische Anschlussfrage und den Film. Wie findet man den in Zukunft? Keine Ahnung. Also wie gesagt haben wir jetzt diesen mini mini kleinen Kinostart, den man vielleicht gar nicht so nennen darf. Nein, also wir versuchen, dass er hoffentlich irgendwie auf einem Streamer irgendwann kommt oder vielleicht sonst gibt es ja so coole Sachen wie Vimeo, wo man dann sowas mieten kann oder so. Wir versuchen ihn irgendwie noch deutschlandweit zugänglich zu machen, aber ja, wir wissen es noch nicht, aber wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann updaten wir euch, falls ihr den weiterempfehlen wollt. Sprechen Sie den Kinobetreiber, die Kinobetreiberin ihres Vertrauens an, dass da ein Film ist, der unbedingt gespielt werden muss. Das lohnt sich auch immer in der Regel. Ich habe noch eine traditionelle Schlussfrage, denn diese Reihe hat eine Frage im Titel und es interessiert mich besonders, weil ihr so ein bisschen wirklich frischen Wind auch in die deutsche Filmlandschaft bringt. Was tut sich im deutschen Film? Seht ihr da, also ich kann es vielleicht noch ergänzen, seht ihr Verbündete, Filmschaffende, wo ihr sagt, boah, da tut sich wirklich gerade was oder seht ihr euch eher im Moment noch als Vorkämpferin? Also ich glaube, wir können nur von unseren persönlichen Erfahrungen, ich mache jetzt keine Statements über die Filmbranche, keine Ahnung, ich kenne nicht die ganze Filmbranche, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall, es gibt viele Leute in der Filmbranche, die uns unterstützen, so viele Neins, wie wir bekommen, kriegen wir auch Ja's und es gibt auf jeden Fall vor allen Dingen in der Gegend unserer Generation viele Menschen, die, glaube ich, uns ähnlich gesinnt sind und die auch schon viele Kämpfe für uns vorgekämpft, also ich glaube nicht, dass wir die Ersten sind in vielen Themen oder Aufstellungen von nicht nur einer Regieperson oder so, es tut sich auf jeden Fall viel und es kann doch ein bisschen schneller gehen, aber ist auch okay, wir machen Schritt für Schritt, oder? Was sagst du? Ja, so ich glaube, dass wir haben jetzt angefangen mit Filmen, so wir sind relativ neu, ich finde so ein bisschen sehr schwierig, dass der Film, der deutsche Film ist sehr geschlossen und ist sehr anstrengend, reinzukommen und das finde ich, wir, wenn ich jetzt nicht rein will, wir müssen etwas dafür tun, weil es kann nicht sein, dass nur die Leute, die das leisten, wegen Geld und so, rein können oder auch Leute mit Migrationshintergrund oder das ist auch alles sehr deutsch und das müssen wir viel weiterarbeiten und wir müssen viel mehr machen, aber wir machen, wir machen, was wir können. Also ich finde, das ist absolut nochmal ein Riesenapplaus wert, großartig, was ihr bereits mit Lady Bitch geschaffen habt, danke, dass ihr ihn nach Frankfurt gebracht habt und wir drücken euch dabei natürlich sehr von Herzen die Daumen und du willst noch was sagen? Ja, hallo, nein, nein, ich wollte, wir wollten uns bedanken, dass ihr da wart, dass ihr jetzt so lange ausgeharrt habt und interessiert zugehört habt und ja, jedes Augenpaar und jeder Kopf bedeutet uns sehr viel für den Film und danke, dass ihr da wart. Ich möchte mich auch bei Maxi Braun noch bedanken, die moderiert hat. Danke euch auch. Ich nutze die Gelegenheit noch, wenn Ihnen diese Reihe gefällt, am 20. April geht es weiter im Rahmen des Lichter Filmfests mit einem wirklich sehr besonderen Film, The Ordinaries von Sophie Lindenbaum. Es ist ja ein großes Highlight, ihr seid mit ihnen quasi immer parallel auf Tour durch die Festivals gewesen. Dieser Film hat so viel gewonnen, dass man es fast gar nicht mehr in Worte fassen kann. Es ist ihr Abschlussfilm an der HFF, an der Filmuniversität heißt sie jetzt, Konrad Wolf in Babelsberg und das sieht aus, wie wenn sie der weibliche Wes Anderson würde, um ja ganz vorsichtig zu greifen. Ein wahnsinniges Werk, es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Sie werden es nicht bereuen. 20. April und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg. Dankeschön fürs Kommen. Danke euch. Bis bald.